Hallo zusammen, mein Name ist Yessina Naikan, ich bin Anlage- und Apparatenbauer im zweiten Lehrjahr und bin eingestellt im AZW. Ich zeige euch heute ein bisschen von meinem Alltag. Im ersten Lehrjahr als Anlage- und Apparatenbauer lernt man die drei Schweissarten kennen, wie auch Blechbearbeitung. Zur Verfügung stehen super Lehrmeister, die man immer wieder nach ihrer Meinung fragen kann. Im zweiten Lehrjahr geht es rüber in die Produktion. In der Produktion werden Klein- und Grossaufträge von verschiedenen Firmen gemacht. Das Lehrlingslager ist eines der besten. Wir lernen alle schon eine Woche vor dem Arbeiten kennen und überspringen somit den unangenehmen Lehrlingsanfang. Die Hauptfächer in der Schule sind technisches Zeichnen, Algebra und Physik. Deswegen sollten wir schon mal schauen, dass es mit diesen Fächern gut dran ist. Wenn du meinst, du hast das Zeug dazu, bewirb dich im AZW. Wir erwarten dich schon.